Hier, 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 hier ist Fantasy Dance FM auf der 96.7. Dance FM, we need her. Das ist die Hälfte Fantasy Dance FM. Fantasy Dance FM, we need her. Werbung. Der Mittwoch auf Fantasy Dance FM um 17 Uhr. Music Box, eure Größe und Plattenwünsche mit Bobby. Music Box, immer um 17 Uhr bei Fantasy Dance FM. We need her. Fantasy Dance FM, Music Box. Hallo meine lieben Freunde, schöner Opener zur Music Box am Mittwoch Nachmittag. Live aus dem Studio Nummer 1 hier im Fantasy Tower, ganz hoch oben im 21. Stockwerk. Ich begrüße euch zu 3 Stunden. Bobby's Music Box, eure Grüße und eure Wünsche weltweit zu empfangen per Internetstream oder aber ganz klar über unsere teresteristische Antenne, wie das so schön heißt. UKW 96.7 ist die Frequenz. So, und es gibt für euch Festival Chancen. Wie ihr noch mitmachen könnt in der Sendung, erfahrt ihr in wenigen Minuten. Hier bei Bobby bei der Music Box. Fantasy Dance FM im Internet. Die Website unter fantasy967.de Wissen, was läuft. Alle Playlists der letzten 7 Tage im Netz. Fantasy Dance FM im Internet. Unter fantasy967.de Fresh. It's new. Neu. Fantasy Dance FM. It's Breaker. Fantasy here is Fantasy Dance FM. Fantasy Dance FM. Ja, ihr wisst es schon, ich sag's auch gerne nochmal. Einer hat mal zu mir gesagt, willkommen auf der 69,7. Hab ich gedacht so, musst du aber weit ins Radio reinbringen, bis du die reinkriegst, ne? 69,7. Nein, 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 das fängt ja erst bei 88 an. Erzähl mal, war Piratensender früher? Wir waren damals auch ein Piratensender. Der war auf Barack Michel. Ja, erzähl. Und wer weiß, wo Barack Michel ist? Auf jeden Fall ist das der zweithöchste Punkt von Belgien. Okay. Und dann haben wir mal zwei, drei Jahre mal gemacht. Benelux, Radio Benelux. Just for fun oder hast du das gegründet? BNL Radio, just for fun. No money, nothing at all. Als es mit Geld anfing, haben wir uns rausgeteilt. Okay. Und Fantasy gegründet. Ah ja. So ist es dann. Vorher ging das ja alles nicht. Es waren ja keine Gesetze da. Jeder durfte machen, was er wollte. Da waren tausende Stationen in Belgien. Okay, okay. Ja, jetzt sind es nur noch hunderte. Die Gesetzgebung hat uns ja auch das Genick gebrochen. Also, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bald ist es aber wirklich soweit. Aber noch sind wir für euch hier on air. Hier ist die 96.7 in den letzten Zügen. Hier ist Fantasy Dance FM. Das ist für Fantasy. Dance FM. We stay first. Ja, hier ist Fantasy Dance FM, die 96.7 in den Abendstunden. Ein letztes Mal hier für euch. Ich wollte nur sagen, die letzten Minuten sind ja angebrochen. Und man soll ja mal ein bisschen bewüben. Meinst du? Passieren lassen. 35 Jahre Fantasy. Ich betone, Fantasy. Ja, ja, genau. Zuerst hieß es ja Radio Fantasy Raren. Ja. RFR. Ja. Die Raren haben wir immer gerne gesagt. RFR. Okay. Hör uns, bist du von RFR? Ja. Ja, ich bin von RFR. Dann kam ja so ein bisschen so ein Umschwung in der Musik rein. Ja. Bevor Fantasy Dance FM kam. Achso, er hat davor schon was geändert, ja? Ja, wir haben ja neue Geräte gekauft und haben uns ja auch ein bisschen umorientiert. Und gleich geht's noch weiter mit Infos von unserem Sendeleiter hier, der auch sein Hühnchen dabei hat. Chippy. Ja, Chippy, das Hühnchen. Okay. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine legendäre Radio-Ära geht zu Ende. Fantasy Dance FM 96.7 stellt nach Karneval den Sendebetrieb ein und verabschiedet sich nach über 35 Jahren von vielen treuen Hörern, Kunden und Partnern. Hintergrund ist die Neukoordinierung von UKW-Frequenzen in Ost-Belgien. Fantasy Dance FM 96.7 hätte auf einer neuen Frequenz von einem anderen Stadion, Standort aus, weitersenden können, was aber aus Sicht der Unternehmerfamilie Limburg aus Heinsberg, die den Sender seit Ende der 1990er Jahre betreibt, wirtschaftlich nicht tragbar gewesen wäre. Seit 1984 wurde von Raren Peter Gensfeld bis weit in den Aachener und Heinsberger Raum gesendet. Erst das lokal ausgerichtete Programm Radio Fantasy Raren, seit 1999 dann das damals neuartige Dance-Format Fantasy Dance FM 96.7 mit dem Claim We Play It First. Aktueller Musik und inhaltlich neuer Ausrichtung auf junge Zielgruppen, unkonventionell und ohne erhobenen Zeigefinger. Ein engagiertes Team aus festen und freien Mitarbeitern, DJs, Partner wie die Diskotheken Himmerich und Starfich, aus denen auch live gesendet wurde und nicht zuletzt die hohe technische Reichweite, haben das Programm weit über das Grenzgebiet hinaus bekannt gemacht. Dementsprechend sind Hörerschaft und Online-Community über viele Jahre gewachsen. Wir danken allen Hörern, Mitarbeitern, Partner und Kunden von Fantasy Dance FM 96.7 für ihren Einsatz und ihre Treue. Fantasy Dance FM 96.7 wird es so und eher nicht mehr geben, aber wir sind sicher, dass der Name Fantasy in irgendeiner anderen Form in diversen Livestreams wieder auftauchen wird. Alles Gute und danke, dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Bye Bye. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to add to something. Are you ready for the sound of scooter? I want to see you sweat. I said I want to see you sweat. Yeah. I don't know. Hyper Hyper Hyper. Hyper Hyper